Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt es jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuh-Kanal Nr. 1 und zu einer neuen Folge der Fußballschuh-News. Heute brandneue Infos, denn das erste Bild zum Elite-Shoot des kommenden Nike Phantom ist am Start. Und es wird leider tatsächlich passieren. Was dahinter steckt, schauen wir uns natürlich heute im Video an. Außerdem natürlich wie immer alle Informationen zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsspieler jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Bevor wir rein starten, Leute, ich hoffe ihr habt es mitbekommen. Am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, ging ja endlich mein 100.000 Abonnenten-Spezial online. Schaut dort gerne mal vorbei, denn dort konnten wir euch auch präsentieren, woran wir in die letzten Monate immer wieder lange und sehr, sehr zeitländisch gearbeitet haben. Und zwar meine eigene Modemarke. Ihr seht jetzt hoffentlich hier auch Changing Lines, habe ich auch gerade an. Die ist jetzt offiziell draußen, habe jetzt hier auch den Zipper an, der bei euch mit am besten ankam. Ich zeige euch den ganz kurz nochmal. Muss ich sagen, ist auch eines meiner Lieblingspieces in dieser Kollektion. Weil es einfach der Fit und die Passform an sich sehr, sehr angenehm ist. Siebdruck und hier nochmal der Backprint. Schaut wie gesagt gerne mal vorbei, Changing Lines ist unten verlinkt, würde mich freuen, wenn das Ganze supportet. Wir haben viel Geld, viel Arbeit da reingesteckt, habe auch schon gesehen, der ein oder andere Abonnent hat schon was bestellt. Der wird natürlich ein Gewinnspiel dementsprechend auch bevorzugt, denn es gibt ja auch ein XXL-Gewinnspiel. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr im Video vorbeischauen, auch auf Instagram ist das Gewinnspiel gepostet. Alle Links dazu zu meiner Modekollektion findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir starten jetzt rein ins Video. Ja, dann starten wir also rein in die brandneue Folge der Fußballschuh-News. Und natürlich auch direkt mal zum Thema Nike Phantom. Ihr habt es mitbekommen, eigentlich erst Anfang des Jahres kam heraus zum einen der Nike Phantom GX in diesem sehr, sehr coolen Colorway. Beziehungsweise auch eigentlich gab es gar kein schlechtes Colorway zu diesem Fußballschuh mit dem Cripplet-Obermaterial. Das kam sehr, sehr gut an. Ich bin großer Fan von diesem Schuh, trage ihn sehr, sehr gerne. Und auch im Sommer kam dann der Nike Phantom Luna raus. Auch der Schuh war auf jeden Fall gehypt. War der erste Fußballschuh speziell für Frauen. Wobei man sagen muss, von dieser Thematik ist Nike jetzt irgendwie komplett weggegangen. Denn auch Kevin De Bruyne beispielsweise spielt den. Da muss ich sagen, fand ich den Schuh cool. Aber hat ihn nicht ganz so überzeugt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also das Obenmaterial fand ich ein bisschen zu steif, hat ein bisschen zu lang gebraucht. Trotzdem ein sehr solider Fußballschuh kam, aber nicht an den Phantom GX ran. Deshalb gibt es da auch schon jetzt wieder ein neues Update. Und zwar soll das wohl im Januar rauskommen. Wir hatten es schon in Schuh-News. Da denken wir auch direkt mal an einen gewissen Erling Haarland. Denn es gibt jetzt ein Bild zum ersten Mal mit einem Elite-Schuh zum kommenden Nike Phantom. Und der sieht, ja, sage ich mal, spannend aus. Deutlich besser in der Elite-Variante, vor allem mit dem Sockenansatz hier vom Phantom Luna. Bisschen Magister-Vibes, muss ich sagen, schon mal ganz cool. Obenmaterial bin ich ein bisschen skeptisch. Und auch dieses Zweigeteilte an der Außenseite, muss ich sagen, bin ich nicht ganz so ein Riesenfan. Also vor allem die Optik spricht mich hier nicht ganz so krass an. Sieht deutlich besser aus, als bei diesen Fake-Fußballschuhen, die wir bisher in den Leaks hatten. Jetzt als Elite-Schuh. Aber trotzdem, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Ist wohl das Phantom Luna Update. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlimm, wenn es dann Update gibt. Könnte sein, dass das Obenmaterial einfach weicher wird und so weiter. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings soll auch der Low-Cut-Schuh ähnlich aussehen. Wo ich sehr, sehr skeptisch bin. Wenn ich noch einen weiteren Lieg für euch am Start zum ersten Mainpack dann nächstes Jahr wohl. Und zwar in einem, ja, gold-weiß-schwarzen Colorway. Und auch da muss ich sagen, vor allem der Außenseite, dieses Zweigeteil, dieser harte Cut von der Naht, der gefällt mir gar nicht. Könnte auch sein, dass es einfach auf den Bildern wieder so rüberkommt. Und wenn man den in der Hand hat, vor allem an On-Feed, dass er dann deutlich, deutlich stärker aussieht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Bisher bin ich skeptisch. Hatte mir gehofft, dass es nicht so kommt, wie es in den Leaks zu sehen war. So sieht es aber tatsächlich aktuell aus. Ich bin trotzdem gespannt und noch nicht ganz so unglücklich. Denn ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich könnte mir sehr stark Nike, die haben bisher eigentlich immer sehr starke Updates rausgebracht. Das heißt, da bin ich eigentlich noch guter Dinge, dass das Updray vielleicht sogar sehr, sehr gut funktioniert. Wie der Phantom GX genau aussieht oder was auch mit dem Luna GX Mischmarsch passiert. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Im Januar kommt der Schuh raus. Das heißt, hier auf diesem Kanal werden wir natürlich dann für euch hoffentlich wieder testen können. Insofern meine Beine wieder mitmachen. Ich hoffe sehr, hab mega Bock drauf, bin sehr gespannt, bin skeptisch. Deswegen mal eure Meinung gerne unten in den Kommentaren da lassen. Was sagt denn ihr zum kommenden Phantom? Gerne mal Kommentare lassen. Feiert ihr das Ganze oder sagt ihr, okay, dann bin ich ehrlicherweise auch noch ziemlich skeptisch. Passend dazu haben wir auch noch einen weiteren Nike-Leak. Und zwar zum Nike Superfly hier als AG-Variante auch zu diesem ersten Mainpack 2024. Ich muss sagen, bin ich auch kein riesen Fan von, vor allem wegen diesem schwarzen Air-Logo. Hier ist nicht ganz mein Ding, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mag das irgendwie, wenn es ein bisschen heller gewesen wäre, ein bisschen mehr Kontrast im Schuh drin gewesen wäre. Aber wie gesagt, bei Nike halte ich mich immer zurück, was so die Optik und der erste Eindruck angeht. Bestes Beispiel Nike Phantom GX Thunder Pack. Auf den Bildern fand ich den Schuh als mit der schlechteste oder hässlichste Fußballschuh 2024. Als ich ihn aber dann im Büro hatte im Unboxing, muss ich sagen, vor allem wegen der Sohle war er dann doch ziemlich geil. Vor allem er kam auch plötzlich extrem gut bei euch an. Viele sagen sogar besser als der Dream Speed. Das heißt, auch bei diesem Pack habe ich weiterhin Hoffnung und könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar doch noch ein bisschen besser wird, als man es sich jetzt aktuell auf den Bildern vorstellen kann. Das wird wohl das erste Pack sein. Das heißt, im Januar kommen die ganzen neuen Fußballschuhe. Wir werden auch ein oder anderen Teaser-Schuh vorab für euch schon zeigen dürfen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Gehen wir mal zu Puma. Hier wieder sehr, sehr viel Gas geben, vor allem was das Thema Spiele angeht. Da haben wir zum einen offiziellen Post schon bekommen. Extrem cooler Spieler. Wollte ich auch mal ein Schuhdesign zu machen. Jetzt unterwegs mit dem Puma Future Noah Okafor von AC Mailand. Ist jetzt ein offizieller Puma Future Spieler. Trägt hier auch den neuen Puma Future aus dem Voltage Pack. Im Spiel auch schon erfolgreich damit gewesen. Ein sehr spannender Spieler. Guter Kumpel von Rafael Leao. Die zwei feiere ich auf jeden Fall mega. Vor allem was das Thema Style angeht. Ist aber ein anderes Thema. Er trägt also jetzt den Puma Future aus dem Voltage Pack. Auch den Schuh haben wir für euch hier damals im Playtest noch zeigen können. Ist auf jeden Fall ein sehr solides Pack. Jetzt keins, was mich ultra umhaut. Aber der Future sieht eigentlich in diesem Spannungsdesign, muss man sagen, eigentlich ganz cool aus. Nicht nur er ist offiziell Puma Athlet, aber wohl ein weiterer. Und zwar Darwin Nunes. Liverpool FC. Auch er wurde gesichtet mit dem Puma Ultra. Auch hier aus dem Voltage Pack fällt natürlich beim roten Trikot definitiv auf. Also auch hier ein weiterer Spieler, der wohl vielleicht zu Puma kommt. Und das Portfolio an Puma Spielern wird wohl wieder ein bisschen breiter. Was auch definitiv Sinn macht. Denn Neymar Junior, die Marke natürlich extrem getragen ist. Aber leider ist er jetzt natürlich zum einen verletzt und nicht mehr in den Top-Ligen unterwegs. Finde ich sehr, sehr schade. Ein Spieler, der in der Fußballschuhwelt extrem viel Einfluss hatte. Deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend, wie sich die Puma-Fußballschuhe nächstes Jahr entwickeln. Performance-Seitig, das ist das eine. Ob es aber von den Konsumenten angenommen wird, ist das andere. Da bleiben wir auf jeden Fall mal für euch dran. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Schuhe. Hab schon einiges gesehen. Das wird sehr, sehr krass. Und hoffe auch, dass ich es euch dann zeitnah zeigen kann. Kommen wir zum Adidas Predator in der limitierten Edition. Den kennt ihr hoffentlich von diesem Kanal aus dem Unboxing-Video. Haben wir extra für euch den Schuh sichern können. 350 Euro, der Spaß gekostet. Die erste Generation des 2024 Adidas Predator zurück mit der Schuhzunge. Das war schon ein absoluter Hype-Drop. War innerhalb von Minuten ausverkauft. Wir konnten uns einen Schuh sichern. Natürlich denkt man da direkt mal an Shoot Bellingham, der natürlich mit diesem Fußballschuh auch unterwegs war. Auch im Spiel, im Training und so weiter. Das ist ja ganz klar das Gesicht von diesem Fußballschuh jetzt. Aber auch in der Bundesliga, ein alter Bekannter, läuft mit diesem Fußballschuh auch. Beziehungsweise eigentlich in der Champions League. Marius Wolf. Auch er war unterwegs mit dem Adidas Predator in diesem limitierten Drop. Fand ich sehr, sehr cool. Hat ultra coolen Fußballschuh-Geschmack. Wir hatten ja auch schon Sergio Ramos Signature-Fußballschuh gesehen. Mit dem alten Adidas, mit dem alten Nike-Fußballschuh. Also der hat auf jeden Fall Geschmack. Muss man mal ganz klasse sagen. Vor allem den mal on-feed wieder on-pitch zu sehen. Finde ich sehr, sehr cool. Adidas Predator wird dann auch im Januar sehr, sehr spannend. Und dann kommt das erste offizielle Pack dann raus. Da werden wir definitiv für euch Videos zeigen können. Beziehungsweise sehr wahrscheinlich, wenn ihr in der Reha. Deswegen wird das alles hoffentlich wieder funktionieren. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen. Marius Wolf mit dem Adidas Predator. Jetzt wollen wir noch zum Nike Dream Speed kommen. Habt ihr ja auch so ein Video gesehen, als wir das legendäre Nike Bugatti Video nachgestellt haben. War ein absolut aufwendiges Projekt. Aber hat mega Spaß gemacht. Eine richtig coole Erinnerung gewesen. Und auch der Show, muss man sagen, Nike extrem gelungen. Der letzte Nike Dream Speed mit CR7. Deshalb, wir schauen mal vorbei bei Al Nasser und Cristiano Ronaldo. Und sehen, er trägt ihn weiterhin nicht. Bisher kein einziges Mal mit diesem Fußballschuh unterwegs gewesen. Was ich absolut nicht verstehen kann. Weil er ist ja eigentlich das Gesicht von diesem Fußballschuh. Ist auch noch ein Nike Athlet. Deswegen mega schade zu sehen. Ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr nochmal ein CR7-Fußballschuh rauskommt. Dass man das Ganze nochmal zeigen kann. Gebürtig feiern kann. Weil CR7 und Nike, ich glaube, so eine Partnerschaft wird es nie wieder im Fußball geben. So erfolgreich, so polarisierend. Macht einen sehr, sehr traurig zu sehen, dass er den noch nicht mal getragen hat. Obwohl es ja sein Schuh ist. Es wird wohl Anfang des Jahres nochmal ein Trim Speed kommen. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass doch nochmal CR7 dabei ist. Aber auf jeden Fall ein reiner Signature-Schuh hat er sich absolut verdient. Wenn da was rauskommt, werde ich mir den definitiv sichern. Als CR7-Sammler natürlich absolut wichtig. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet. Wir werden auch in diesem Jahr noch das ein oder andere Throwback-Video troppen. Zum Beispiel der Fußballschuh 2023. Oder den Tops und Flops der Fußballschuh 2023. Wenn ihr sonst noch einen Rückblick sehen wollt, könnt ihr mal ein Feedback da lassen, was ihr euch dazu wünscht. Das soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein. Bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit zum kommenden Nike Phantom GX. Was sagt denn ihr zum neuen Update? Fallt ihr das Ganze oder seid ihr auch noch etwas skeptisch? Ich bin mir sicher, Nike hat sich dabei was gedacht. Nichtsdestotrotz, der erste Eindruck lässt sich darüber streiten. Im Januar kommt er raus. Dann werden wir natürlich auch ein Review haben. Bis dahin bin ich hoffentlich wieder fit. Bin auf jeden Fall in der Reha. Deswegen hoffen wir, dass wir dann die Schule testen können. Davon gehe ich aber schwer aus. Deshalb, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Seid gespannt. Wird dann auf diesem Kanal kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und schaut auch gerne im 100.000 Abonnenten Spezial vorbei. Dort gibt es ja ein XXL-Gewinnspiel. Und meine neue Modekollektion, bzw. meine erste Modekollektion, meiner neuen Modemarke. Schaut dort gerne vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.